Also die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die heißt Dornröschen. Moment mal, da steht doch Dornröschen. Es heißt aber Dornröschen, weißt du? Ein Röschen, das ist eine kleine Rose. Eine kleine Dose heißt ja auch nicht Döschen. Das wäre aber lustig, ne? Also Dornröschen. Ja, fang mal an, ne? Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag. Ach, wenn wir doch ein Kind hätten. Ja, Montag, wenn wir doch ein Kind hätten. Dienstag.